Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit dem Plugin Extra Product Options Produkte kopieren könnt. Also ich stand diese Woche vor einer Frage und zwar wollte jemand ein Produkt in einem WooCommerce Shop eintragen, wo sechs Varianten verfügbar sind mit jeweils mehreren Auswahlmöglichkeiten. Und ihr wisst alle, das berechnet man dann, wenn ich jetzt sage, jede Auswahlmöglichkeit hat sechs Untervarianten, dann sind das sechs mal sechs mal sechs mal sechs mal sechs mal sechs Varianten. Am Schluss sind das 46.656 Varianten. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe das versucht einfach mal so zu importieren oder zu generieren und ja, es war nicht erstaunlich, ich habe damit all meine Test Shops zerstört. Also das ist eine sehr große Last, die WooCommerce eigentlich nicht wirklich mag. Ja und für solche Fälle mag ich eigentlich dieses Plugin hier, das Extra Product Options im CodeCanyon Shop für Plugins. Mit diesem kann man nämlich wirklich Produkte importieren oder Produkte erstellen, besser gesagt, die auch wirklich große Auswahl von verschiedenen Varianten hat. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel angelegt, also ich habe jetzt hier einfach mal ein variables Produkt gemacht mit jetzt hier drei Auswahlmöglichkeiten mal vier, das wären ja dann schon zwölf Varianten. Ja und nun ist die Frage aufgetaucht, ja wie kann ich denn eigentlich jetzt solche Varianten wirklich duplizieren, entweder auf ein neues Produkt oder auf ein bestehendes Produkt. Vielleicht möchte man ja das umbauen, alle Varianten wirklich nur noch mit diesem Plugin machen. Das kann man natürlich auch. Ja, also ich gehe jetzt mal hier rein und zeige euch mal, wie das Ganze aufgebaut ist, hier im Ring 1. Ihr wisst, wenn ihr dieses Plugin installiert habt, dann habt ihr hier unten noch einen zusätzlichen Tab drin, wo ihr dann wirklich die ganzen Auswahlmöglichkeiten, die hier drin sind, auswählen könnt und eure Varianten anlegen könnt. Wie ihr hier sehen könnt, ich habe hier zwei Varianten, ganz normal wie hier drin und wenn ich mir mal so eines genauer anschaue, dann sehe ich, hier habe ich das Label drin und hier unten sind die Varianten, die ich jetzt einfach mal eingegeben habe. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich so ein Produkt duplizieren kann oder einfach mit einem älteren Produkt übernehmen kann. Als erstes Mal habe ich ja immer ein Plugin installiert und zwar können wir gleich mal anschauen hier, das ist dieses Duplicate Page. Mit diesem Plugin kann man eigentlich Seiten, Blogbeiträge, Pages und auch Produkte einfach duplizieren. Gehört eines zu meiner Lieblings-Plugins. Und wenn man das installiert hat, ja, dann kann ich einfach hier unter Produkte einfach das Produkt duplizieren, wie man hier sehen kann. Also ich klicke jetzt hin und dann wird das Ganze dupliziert. Also wenn ich da mal wieder draußen bin, dann sehe ich, ja, ist einfach jetzt ein Entwurf und dann kann ich das Ganze normal bearbeiten. Ich mache jetzt hier Ring 2 draus, mache hier noch kurz die URL schön und sonst lasse ich das Ganze mal und dann veröffentliche ich dieses Plugin. Also dieses Produkt natürlich. Und wenn ich dann das Ganze anschauen gehe, ja, dann sehe ich jetzt, ich habe hier den Ring 1, das ist ja der alte und hier der Ring 2 ebenfalls mit diesen Auswahlmöglichkeiten. Das wäre eigentlich der Weg, wenn man einfach ein Produkt duplizieren möchte und ja, verwenden möchte. Jetzt habe ich vielleicht ein Produkt, das bereits drin ist, bei dem ich natürlich auch diese Auswahlmöglichkeiten einbauen möchte. So, ich habe jetzt ein Produkt erstellt, hier Ring B, wie man sehen kann und hier habe ich keine Auswahlmöglichkeiten. Also wenn ich hier das Ganze anschaue, habe ich wirklich nur den Titel gesetzt und den Preis gesetzt und wenn ich mir das Ganze unten anschaue, dann habe ich hier diese Elemente nicht. Nun möchte ich aber, dass ich die Elemente vom Ring 1 oder Ring 2 auch hier einfügen kann. Und ja, wie mache ich das am besten? Also ich gehe ins Backend rein, ich gehe zum entsprechenden Produkt rein, wo ich mir die Elemente raussuchen möchte. Und jetzt gibt es eine schöne Exportfunktion. Ihr geht hier hin, zusätzliche Optionen und wenn ihr das Ganze anschaut, dann seht ihr hier oben, exportiere CSV. Und wenn ihr da draufklickt, dann wird ein CSV-File, das seht ihr hier unten, exportiert und da sind eigentlich alle Optionen drin. Wenn ihr das nun beim Ring 2 importieren möchtet, ja, dann geht ihr einfach wirklich wieder zum Produkt rein. Ich mache das nochmal, damit ihr das sehen könnt. Hier Ring 2, also Ring B natürlich habe ich es genannt. Und ja, und hier habe ich natürlich keine Produktoption drin, aber ich habe hier einen Button CSV-Datei importieren. Und wenn ich nun diese gerade heruntergeladene CSV-Datei hier importiere, dann passiert die ganze Magie. Ja, und dann klicke ich hier ganz normal auf diesen Button und dann gehe ich zu Downloads und hier habe ich dieses CSV-Datei. Die kann ich auswählen und dann werde ich gefragt, ja, möchte ich die bestehenden Elemente überschreiben oder neue Elemente hinzufügen. Natürlich, bei mir ist das leer, also mache ich einfach neue Elemente hinzufügen. Und wenn ich da draufklicke, dann ja, wow, ich habe hier die Möglichkeiten wieder. Also ich habe hier wieder das Metall und da unten habe ich die Größe natürlich drin. Und wenn ich jetzt das natürlich abspeichere, also aktualisiere und dann hier das bestehende Produkt wieder neu lade. Tada, ich habe es drin, so wie ich es gerne wollte. So kann man also die verschiedenen Varianten eines Produktes auf ein altes Produkt importieren oder man kann einfach das ganze Produkt natürlich duplizieren und dann den ganzen Text und das ganze Geschmäuß, Bilder, Beschreibung, SEO-Text und so weiter anpassen. Also das sind die zwei Möglichkeiten, die ich euch jetzt gezeigt habe. Ja, ich hoffe, ihr schaut euch dieses Plug-in an. Es ist nämlich wirklich genial, also in meinen Augen lohnt sich das für jemanden, der gerne Online-Jobs hat und auch Produkte hat mit Varianten, die mehr als nur vielleicht zwei, drei sind, sondern wirklich sechsmal, 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 sechsmal. Wer versteht das, ich meine? Ja, wenn du noch eine Frage dazu hast, dann stell sie mir unten in die Kommentare. Gib meinem Video einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, tschau.